Heute bin ich wieder hier und ziehe meine Trainingssachen an. Dann zeige ich der Welt, wie viel Gewichte ich schon stemmen kann. Ich schnalle mich an die Geräte und schon merke ich, es rennt der Schweiß. Ich halte durch bis zum Ende, von dem ich nur eines weiß, der Duft der weiten Welt ist dieser. Ich dusche nie bei Kieser, das machen nur die Spießer. Ich bin kein Badgenießer, ich dusche nie bei Kieser. Wenn ich dann schwitze am Gerät, denke ich, was man dafür kriegt. Man baut sich Muskeln auf am Körper an Stellen, die keiner sieht. Doch nach zwei Stunden habe ich den Beweis, dass ich trainiere. Es merken alle in der Nähe enorm, wie ich transpirier. Mit der weiten Welt ist dieser. Ich dusche nie bei Kieser. Ich bin kein Badgenießer. Das machen nur die Spießer. Ich dusche nie bei Kieser. Manchmal denke ich doch, dass der schlechte Geruch die Frauen eher abhält. Doch dann fühle ich mich als Mann und merke in der Straßenbahn, dass mehr Platz für mich abfällt. Und fragt, wer in strengem Ton, riechst du das nicht, mein Sohn, sag ich. Ich dusche nie bei Kieser. Das machen nur die Spießer. Ich bin kein Badgenießer. Ich dusche nie bei Kieser. Wenn ich dann heimfahre in der Bahn, schauen mich die Leute komisch an. Das wilde Haar und der Geruch an diese Männlichkeit kommt niemand ran. Gib deinen Körper, was er braucht. Alles andere ist egal. Was du vom Training mit nach Hause nimmst, ist ein klarer Fall. Der Duft der weiten Welt ist dieser. Ich dusche nie bei Kieser. Das machen nur die Spießer. Ich bin kein Badgenießer. Ich dusche nie bei Kieser. Ich dusche nie bei Kieser.